Und jetzt wünsche ich Ihnen Freude, Spaß und Lippen. Machen Sie das Recht am Anfang. Momentan ist da noch ziemlich viel los. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann wünsche ich Ihnen viel Spaß heute. Habt einen schönen Tag hier. Ja, hier können Sie auch eins zu eins aus. Und dann können Sie es entsprechend auf den Grabstein eben anbringen. Gut, Dankeschön. Danke, ciao. Tschüss. Jetzt fährt sie hier aber gerade rüber. Ist ja logisch. Wenn das jetzt ein Radius hier wäre, dann muss man idealerweise Kreisbewegungen machen können. Und dann muss man auch eine Randbewegung machen können. Hallo, mein Name ist Angelina Dommer. Diese Laterne ist modern und schlicht. So, dann müssen wir die aus dem Baumarkt nehmen. Ja, ja. Leifpapier, Loch, keinerlei Staubentwicklung. Doch, doch, doch. Hey, schau mal, wie das ist. Sind wir das da? Nein. Wissen wir nicht. Und wir rein manuell noch weiterarbeiten können. Das ist jetzt nur eine Staubrecher. Einschlagen. Und damit er immer gerade unter Druck steht. Ja. Verbrennt. Oh, Mensch. Oh. Heute Nachmittag nochmal Fachtagen 2019 begrüßen. 15 Minuten arbeiten. Der Maschine. Wir können nicht nur trocken, wir können auch nass. Und nach kurzer Zeit haben wir dann die entsprechende Oberfläche. Und nach kurzer Zeit haben wir dann die Beobachtungen, die in der Stunde fahren. So, Gertz. Und nach kurzem. Kommt, dann. Und nach kurzem. Und nach kurzem, kurzem, kurzem. Untertitelung des ZDF, 2020